ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play oder zu einem neuen projekt und zwar minecraft a creative welt muss sagen die lp welt die hier wo wir spielen gerade eben die er kommt jetzt jeden tag bloß eine folge raus weil es möglicher projekt ist und da erfahrt ihr hier schon was weil die zweite folge ist gerade hoch geht sagen wir machen mal eine neue welt einfach kreativwelt oder kreative lp überleben kreative und den seed monsters so sagen wir starten mal eine neue welt und ein bisschen mehr den ton anmachen die welt wird geladen mache ich dazu danke alter schon wieder auf der insel was los erst mal generieren lassen und das habe ich jetzt vergessen hier hat ja glaube ich ihnen gleich den sound muss ich dann noch anmachen fliege hoch fliege hoch fliege hoch 2 Und du rauf. Iiii, bis na la. Iiiiihihi. Iiiiihihi. Ne. 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 On tue le. Und zwar markieren wir schnell den Spawnpunkt, so, es reicht schon nochmal, wollte ich gar das hängt gerade ein bisschen, weil ich so viele Sachen auf habe, weil ich muss gerade alle Folgen noch hochladen und dann machen wir mal schnell den Musik, ja 40, den Sound ein bisschen leiser, so, so, es wird jetzt eigentlich unser kleines neues Projekt, ich weiß doch nicht, wie wir es nennen sollen, Minecraft Island ist ja schon vergeben für die Survival-Welt, aber ihr könnt ja in den Kommentar schreiben, wie wir das Projekt nennen sollen und jetzt sagen wir, schauen wir uns das mal an, hier sieht es auch geil aus, oder, 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 hier für so eine fette Burg auf dem Turm, das wird ja mal geil, ok, das machen wir, so, so, dann so und das rauscht immer bei euch, wenn ich gerade nicht rede, weil ich wie gesagt den Ton schon aus hab, äh, schauen aus hab, welchen Ton halt aus hab, und ja. so. So, so groß wird das ungefähr, so kann man irgendwie schneller bauen, wenn man so klickt, als wenn man so macht. Auf jeden Fall kann man es schnell abbauen, wenn man die ganze Zeit klickt und nicht gedrückt hält. Das wird jetzt glaube ich erstmal nur ein Turm, ein Wachtturm. So, und so, machen wir hier mal schnell rüber. So, dann legt das an. Oh, so. So, dann so, dann runter. So, das passt genau so. So, ich überleg grad. Ja, der passt schon in die Landschaft, wenn nicht, dann reißt man einfach nochmal schnell ab. So viel Arbeit ist es ja nicht. Dann, hier die ganzen Wände ausfüllen. Und könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ich würd's schonmal halt machen in der Creative-Welt und alles. Und, ich muss sagen, es lädt, ich lade es jeden Tag eine Folge Minecraft Survival Island hoch. Dann kommt jeden Tag zwei Folgen von dem da. Und dann, wenn ich nur Arma mir kaufe, dann kommt von Arma jeden Tag drei Folgen hoch. Ob das geht da nicht, weil, ich sag dann ganze Zeit, Uploads abgebrochen, pipapo. Netz eben nicht geladen. Dann musste ich halt alles nochmal hochladen. Aber eigentlich soll gestern Abend die Folge drei rauskommen. Dann heute Folge vier, Folge fünf. Dann halt, dass es auf die Woche aufgeteilt ist. Ich hab schon alles im Voraus aufgenommen, weil ich hab alles, äh, wollte uploaden. Wurde es abgebrochen, ist, äh, nervt voll. Oh. Das ist grad irgendwas komisches mit YouTube. Das, äh, bei mir brechen auch die ganze Zeit die Uploads ab. Muss ich mal schnell schauen. Ähm. 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 90 Prozent. Deskplayer Minecraft Folge drei. Ja. Soll gleich hochgeladen sein. Und schreib mir mal in die Kommentare was. Ja. 90 Prozent. Nicht schlecht. Und ich sollte irgendwie mein Desktop weg machen. Aber wenn ich Vollbildschirm mach. Passiert. Nicht Schwache. Passiert. Pff. Keine Ahnung, wo das Vollbildschirm ist. Egal. Auf jeden Fall ist mein Bildschirm irgendwie zu klein für Vollbildschirm. Alter, lass mich hier runter. Danke. So. Und es ist bisschen blöd, dass die Folgen alle so kurz sind. Weil es halt einfach, es ist einfach viel zu kurz. Es stellt euch, äh, 20 Minuten. Das ist schon, äh, viel besser. Aber, sieben Minuten ist echt zu kurz. Da bekommt man nicht mehr einen Turm hin. Ähm. Wir haben, äh, schon jetzt acht Minuten Aufnahme. Und da bekommt man echt. In zehn Minuten schafft man keinen Turm. Jetzt haben wir neun Minuten. Haben gerade mal die Hälfte geschafft. Zwanzig Minuten würden wir es eigentlich locker schaffen. Ich muss mich dann, äh, nochmal umschauen. Äh, wie man das besser machen kann. Und ja. So. Dann haben wir hier hoch. So. Halt. Gehst du wieder hoch? so. Guck. Hup. Hint. Geht's? Böse Block. Böse, böse Block. So. Ich red auch jetzt bisschen la... eh, lauter. Leiser. Ich rede jetzt bisschen leiser. Wenn ihr mich besser hört, weil da, ich habe mir hier schon, äh, mal ne Aufnahme angeschaut. Und da versteht man nicht so recht viel. Und ich hoffe ihr versteht mich jetzt besser. aber ich rede jetzt schon deutlich lauter und ja, so, was, noch 10 Sekunden eh.